Ja hallo zusammen, es geht um die zwei Zettel hier. Gefahrengutkleber 1 und der andere, Gefahrengutkleber 9 für Batterien, die waren nicht auf diesem Container. Angeblich und der Container ist immer noch verplombt, es ist halt, wir haben hier nichts gemacht. Ja, das ist es von diesem Container und wir kriegen jetzt hier Batterien, ja, ein Container von. Wir schauen uns jetzt das auch näher an. Hast du noch große Zange? Ja, ja, alles dabei. Mann, das ist immer mehr dabei. Ja, ein, da am anderen. So ist es. Jetzt ist es, oder? Mehrzeug hat er. Ja, wir haben alles, wir haben alles. Ja, wir haben alles dabei. Was? Dankeschön. Ja, wir sind jetzt hier mit den Batterien. Ja, wir sind jetzt hier mit den Batterien. Also, der ganze Container. Das sind neu die 200 AH Batterien. Wenn wir dann hier, wenn wir dann hier auf der Seite gucken, ihr seht, wie groß das ist. Das sind die 200 AH Batterien. Ich mache euch hier oben ein Video, wo ich euch die Batterie vorstelle. und hier vom nächsten, wir sehen, wir haben jetzt ab heute wieder ein Container Batterien zur Verfügung und ich wünsche euch einen schönen Tag.